Hi! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist auch schon die Amy. Und gleich geht's los zum Stall, weil heute kommen von meinen Eltern ein paar Freunde mit. Und die wollen halt so zu einer Cafeteria oder so, wo man halt irgendwas, ein Restaurant oder so, wollen die halt hinlaufen. Da habe ich halt gefragt, ob ich mitkommen kann mit der Smartie. Und deswegen werde ich heute ohne Sattel mitreiten. Und da dachte ich, nehme ich euch mit, weil ihr mögt das ja auch total, wenn ich mit der Smartie ausreite. Die Amy kommt natürlich auch mit. Amy, kommen wir hier. Und ich habe heute die Cavallo-Hose an. Ich habe noch ein Gürtel drum, weil die ist ja eine Nummer zu groß und halt ein bisschen zu groß dann. Jetzt gleich geht's auch schon los. Ich freue mich schon total. Ne, Amy? Und mögt ihr auch diese Johannes-Beeren? Wir haben selber welche im Garten und ich liebe die. Ich nehme von den neuen Sachen, die ich gekauft habe, einmal die Gärte mit, die neuen Handschuhe und Gamaschen, weil Schabrak-Kunstel brauche ich ja noch nicht, weil ich ja ohne Sattel reiten werde. Ich bin immer wieder. Wer jetzt reiten kann. Hold da, hier liegen es gut aus. Ja. Ich habe ja, ich habe ja noch nicht. Zum Glück ist das Pony sauber. Und jetzt mache ich die neuen schwarzen Gamaschen drauf. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute,